Der Islam ist Weltweit die am schnellsten wachsende Religion Anhängerzahlen. Warum? Masha'Allah. Ja, weil es die einzig richtige Religion ist. Und die Leute, egal wie viel sie kämpfen gegen den Islam, wo Allah sieht, dass er Gutes in seinem Herzen hat, von wem Allah sieht, dass er Gutes in seinem Herzen hat, dem gibt er das Gute. Wer ehrlich ist, wer Allah, wer dem Islam eine Chance gibt, der wird erkennen, dass es die Wahrheit ist. Wer aber nicht die Wahrheit sehen möchte und seine Augen verschließt und sich dumm stellt und sich taub stellt und Drogen nimmt und Hauptsache die Wahrheit nicht erkennen, der wird aufwachen im Grab und sehen, dass er die Wahrheit verpasst hat. Ja, Wallah ist es die Wahrheit, weil Allah ist es die Wahrheit. Und wer den Koran liest, der wird es erkennen. Ich rate jedem Koran zu lesen, und mit einem offenen Herzen, wie man sagt, dass man unvoreingenommen ist und sagt, wenn es die Wahrheit ist, ja Allah, oh Gott, leite mich recht. Und ich bin sicher, dass Allah dir Zeichen schicken wird. Allah gibt uns Zeichen. Allah hat sehr viele Leute recht geleitet, hat ihnen Träume gegeben, hat ihnen Leute geschickt, was kein Zufall ist. Es sind Dinge passiert, doch die Leute haben das nicht als, oh, das war Glück abgetan, sondern haben gesagt, oh, das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, du wirst die Wahrheit erkennen, wenn du ehrlich bist.